Hallo und herzlich willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 3! Oh yeah! Es sind doch noch sehr hart hier. Also im Spiel. Ich hoffe nicht bei mir. Ne, sieht nach Sonne aus. Oder? Ja doch. Und wir machen weiter mit der Hauptmission! Das ist ne Stadt! Ist das? Wow! Das ist Keves Castle, okay? Erstmal sehen Sie es. Ja. Das gleiche Ebene wie der Kastel von Agnes. Wir können auch die Greatsword auf der Seite sehen. Wir gehen durch mit das? Nein. Ich sehe, es ist viel zu risk. Der Bereich wird unter Strick-Gard. Aber auf den Slope können wir durch die Forrest gehen. Magda Wald? Huh? Das klingt nicht zu schlecht für mich. Magda Wald? Cool. Anspielung auf Magda Forest dann doch. Ich dachte, wir hätten schon unseren Magda Forest gehabt. Aber anscheinend kommt er jetzt erst. Das ist ja nice. Der Musik ist auch sehr schön. Jess. Oh ho! Es begibt dich nicht in Gefahr. Es begibt dich in der Kolonien 4. Die Bewerbung ist in Ordnung, Ihre Majestät. Es ist schon ein Zeitpunkt, nicht wahr? Frau, ich bin froh, dass Sie in Ordnung finden, Ihre Majestät. Dass Sie uns begrüßen mit Ihrer Presence ist eine Ehre über meine Station. Wir können mit den Stiff Preambeln, Ethel. End. Frau. End. Konsol End. Das ist er. End. Der Hauptmann von Kvessi selbst. Der Konsol. Kvessi selbst. Der Kr NCF. Die Bescheidung des Kolonien 4. Was ist das? Die Annihilator. Die Nahrungswaffe in unseren Arsenaal Militär. Es verwendet die Schmerkungen bei der Annihilhilfe. Du hast es harnessed. Es ist nicht nur die Kraft, es hat einen exklusiven Vorteil. Ich zeige euch. Was? Du meinst, hier und jetzt? Ja. Das wird es die höchste Zeit. Die Oryan-Mountains. Es ist eine schade. Ihre Majestät hat einen schweren Ort für sie. Bitte, nicht zu mir denken. Wow. Okay. Hilfe. Was? Was? Was war das? Was war das? Ja. 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 Ich habe keine Ahnung. Aber... Das kann nicht gut sein. Ja. 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 Nach. Tschüss. Ja. Wenn ich mich Argh esseweg dafür beschränken, dann... andalen Tutankern? Ja. personnel wollte antworten. Ich schreibe es auf Agnes. Mom? Das nächste Target wird dieses. Scheiße. Weil jetzt wurde ich gewarnt, dass das irgendwann eintreten wird, wenn wir die Story weiterverfolgen. Und ich habe noch Missionen da. Und ich habe keinen Bock darauf, weil das ist das, was ich an den Spielen immer hasse. Dieses geforcete, auch wie bei Kolonie 6, wenn du da nicht alle Items hattest in Xenoblade 1. Wenn du da nicht alle Items hattest, dann konntest du die Kolonie nicht aufbauen, weil ja irgendwann storyrelevante Gebiete einfach komplett weg sind. Äh, oder da wo die Gebiete halt sind, die sind halt komplett weg irgendwann und du kriegst die Items nicht mehr. Also in Xenoblade 1 nicht die Definitive Edition, ja. Ähm, das hasse ich halt, dass man in so Gebiete da nicht mehr kann. Das ist doch irgendwie cool, aber ich will dann so, ja, sowas wie das jetzt bekommen. Eine Warnung. Okay, ich muss Kolonie 4 Missionen machen können. Äh, ich wusste, dass das nicht gut ist, dass die da hingehen. Äh. Hätten wir eigentlich hier hochge... Also, ist hier noch was? Ne, guck mal, da ist nur Rand, ne? Oh, ich muss doch nochmal zurück. Aber hier ist kein Reisepunkt, das nervt halt. Ähm. Ne, ich will nicht die Map, ich will die Missionen. Ich hab hier noch... Ja, hier diese ganzen... Das hier, das ist doch auch Kolonie 4, oder? Ja. Ja. Die 3, das ist Kolonie 4, glaub ich. Wir wollen die Lambda verlassen. Wir haben das Problem. Ja. Oh, Mann. Hier ist ein Goodie. Was? Es ist ein schönes Find, oder? Genau? Was? Wo? Was ist ein schönes Find? Was? Was laberst du? Senna! Was hat er denn hier? Er hat einfach einen Ofen am Kopf. Das sieht ja witzig aus. Ich liebe diese Gebäude hier. Mh. 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 Boah, wir haben so viele Ether-Dinger. Äh. Oh, Täuschers! Yay! Dann, let's go, ne? Wurde ich sehen, was sich hier verbirgt. Wurde ich sehen, was sich hier verbirgt. Was ist der Mosch, Leute? Minder, ihr habt nicht geflogen. Woah! Ja! Er sagt, er hat sich selbst fallen flat auf seinen Arsch. Oh, ja. Verdammt witzig. Du hast immer die Meck aus mir genommen. Noah! Huh? Did you say something? Oh, for... Don't come crying if you fool. You seem like you're a million miles away. Lot on your mind? Yeah. Kind of. Um. Mio! Ah, thank you. Are you okay? Yeah, I just lost my foot in for a second. I'm okay. For now. I'm okay. For now. I'm okay. For now. Are you... Not feeling a hundred percent? Huh? Nah, nothing like that. I'm totally fine, promise. Like I said, I just missed my footing. If you stop feeling worse, just say, I don't want you hiding it. Hmm. You're a kind man, aren't you? I... I'm just... Being polite. Whoa! So, what was on your mind, earlier? Yeah, that light. I was wondering if it had anything to do with us. Hmm, yeah. You think, maybe, could it have been something that Mobius did? Huh? We know that they're hunting us. Tion, you told us before that our consoles were actually the same. Yeah. I did say that. After that, nobody said so, but we were all thinking it. Hmm. The war between Agnes and Keves and the Consoles. Or rather, Mobius. They must be connected somehow. It could be that... All the fighting... It might be that it's all orchestrated according to Mobius. Hmm. And to them, Ouroboros only spelled trouble. Since we keep wrecking their flame clocks and all. They must really hate us messing with their stuff, I guess. So we're one big thorn in their side. Hmm. It does stand to reason that's why we're their targets. But it doesn't tell us anything about why our colonies fight. Any theories? Not as yet. But I figure... Isn't discovering that our real objective here, right? If we seek out the city, maybe we'll find answers. One way to know. If you feel tired, we should rest here. Best buy only what we budgeted for. Okay. Was hast du so? Physische Abwehr. Äther Abwehr. Mhm. Mhm. Oh. Traurig mal zwei. Erhöht Wut jede Sekunde. Crazy. Ähm. Ich möchte mit dem anderen resen. Mit dem hier. We have some new names registered. Äh. Hä? Wer ist das abhängig? Äh, ich lach. Wovon spricht nur hin? Was machen die denn hier? Ich hab's gesagt, ich sollte Fleisch essen. Warum machst du dann das rein? Immer nur Fleisch nabemolien ist ungesund. Gericht braucht richtige Balance aus gesunden Zutaten. Ach ne, die schon wieder. Was ist jetzt schon wieder los? Oh, ihr seid. Hör zu, hör zu. Amman hat für uns gekocht und Zinnobergiden reingenannt. Dabei hasse ich Zinnobergiden. Ich ahne Schlimmes. Kocht wird immer abwechselnd. Und weil Gesundheit für lange Reise wichtig ist, nehmen Bamban gesunde Zutaten. Ist doch wohl logisch, oder? Aber Dunplay hat sofort, dass gesunde Zutaten nicht schmeckt. Okay, können wir uns darauf eigen, dass Dorian sich nicht so anstellen soll? Wie, wo, was? Was? Ich stelle mich gar nicht an. So ein Zutaten schön und gut, aber wenn man sich deshalb was Ekliges reinschiebt, ist das ungesund für die Seele. Wenn man schon mit Zinnobergiden kocht, dann soll er sie so zubereiten, dass sie besser schmecken. Leicht gesagt, aber Bamban ist kein Korrektverkehr. Kann nur Sachen in den Topf schmeißen und warm machen, mehr nicht. Ach so. Ah, nein, das war dein Stichwort. Hast du dich ein paar Tipps für ihn? Nur, haha, selbstverfreilich hat man ein paar Tipps. Das wird sogleich Rezept für Leckerschmecker Zubereitung lehren. Echt? Hast du gehört, Bambam? Nun, Bambam hört schon. Dann los, bitte lehren. Aneinander steht den Startlöchern. Aber braucht noch wichtige Zutat. Blasia Nektar. Blasia ist der Name einer Blume, nehme ich an. Genau, Blut vor allem, Heiligtum von Ammonay. Wett. Alles klar, dann besorgen wir den Nektar. Dolen, ihr könnt schon mal alles fürs Kochen vorbereiten. Wett gemacht, viel Erfolg euch. Schon wieder, die Typen. Blasia. Aber das ist auch schon so eine City hier, ne? Frag mich, warum die sich nicht wundern, was das für eine Architektur hier ist. Weil das kennen die doch nicht, oder? Weil das ist ja komplett technologisch hier. So, da wir ja einen Reisepunkt hier haben. Boah, ist das nervig, dass hier kein Reisepunkt ist, ne? Boah, ist das nervig. Na egal, wir machen die Story weiter. Ich wollte jetzt eigentlich zurückgehen, aber ne. Wir machen die Story weiter. Da ist auch was eingestürzt. Oh, cool, da kann man noch nicht weiter durch, okay. Gigantenarm. Container? Wo? Ja. Ja, aber wie kommt man da hoch? Es muss irgendeine Fähigkeit geben, mit der man hochspringen kann. Sonst, also das macht auch bei den einen Bereichen keinen Sinn. Warum ist ja eigentlich keine Musik? Äh, egal. Ähm. Ach so, lol. Ähm. Oder auch nicht, man kann einfach hier rumlaufen. Ja, okay, das war jetzt sehr einfach. Stardust. Aber es muss irgendein, es muss doch trotzdem irgendwas geben, was so, womit man höher springen kann. Oder irgend so ein Läpfnis, mit dem wir fliegen können, oder irgendwie sowas. Holy shit. Wo sind wir denn jetzt gelandet? What? Das ist eine Kolonie. WTF? Oberer Magdawald? Man, those Mobius mooks, they make my feathers stand on end. End in people's lives, like it doesn't matter. Ugh, what a sick joke. Their word for people like that? Know what Nopon say? No idea. Tell us. Super villain pon. Riku, what does that mean, then? It'd be the extreme bad guy. Ah, I think I get it. Meme? What's up, my nana? What's up, my nana? Then, are Noah and Mio and friends, super villain pon? You're labelling us? Labelling. Because friends used to end lives also. That not make them super villain pon? I mean, it's not like we ever had a choice or anything. It was them or us. So, when no choice, not fall under definition, then. None of us ever fought because we wanted to. It's just how it worked. How people worked. And the world. So, world is super villain pon. Huh? Since it make everyone do nasty things. World is bad guy. The world is bad. Huh? I never thought of it like that. Now that you mention it, what in the world are we even here for? I wouldn't strain your brain too much. Sounds like you have. I'll give you that idea. Cut the snark, just tell me. The end point of it is suicide. So, what? If you don't want to hurt others, you'll end up denying your own right to survive. Eventually, you come to the conclusion that the world may well be better off without your presence. The only resolution, then, is to erase the self. To die. See? Pointless. Isn't that taking it too far? The world doesn't just vanish. Because you've closed your eyes. What? The moon. Think about it. Why is it that the moon shines? Just because we're watching. Of course not. Even if humans were gone, it would shine on, illuminating the land beneath. And yet, we're the ones that give meaning to it. We say, bit dim tonight, or looks brighter than usual, eh? Similarly, we can now imbue the world with meaning or change it. It's a privilege, we were lucky to obtain. And that's the power of Ouroboros. We're obliged to use it. We can make a difference. So we don't become supervillains. That's one thing to aim for, at least. Right? Cool. Krasse... Never seen this place before. ...sehr tiefgründige Gespräche, muss man mal sagen. Holy shit. Das war... ...sehr deep. Aber wie geil sieht dieser Ort bitte aus? Eine Lost City mit einem riesigen Wald? WTF? Ich mein... Hallo? Ich mein... Guckt euch das doch mal an. Und guckt euch... ...mal an, wie riesig dieses Gebiet bitte ist. Ach du Scheiße, das merke ich ja jetzt erst. Da unten ist irgendein giftiger See? Okay, mhm. Das heißt... Ach ja, die haben ja gesagt, es gibt noch eine Unterebene. Ach du Scheiße. Wir werden kein Leben mehr haben. Lalalala. Das wird das alles... Also... ...dieser vorn ist. Und... ...ja, so fünfmal das Gebiet ist wahrscheinlich der Wald, wo wir jetzt durchlaufen. Oh mein Gott, ist das riesig. Holy shit. Okay, was erwartet uns jetzt? Hey, you sure we're going the right way, guys? Ich glaube, wir lernen hier aber dieses Seilrutschen-Dings. Ja. Ja. Juni! Look out! W-What the? An ambush! Das ist die Kommandeurin von der Kolonie hier wahrscheinlich. Helden-Mission, yep. Oh, Level ist aber krass gestiegen. Ja, ich will Uni haben, hallo? Das ist die Kommandeurin von der Kolonie. Das ist die Runde. Oh, 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 das ist die Runde, aber wenig Damage. Was ist das? Was ist das? Nice. Jo, jo, ja natürlich! Noch mehr! Alter, was war das denn für eine Ultra-Attacke? What the fuck? Hauen wir da die Kette? Nö, ne. Komm mal in der Sache, Synchro Stufe 2, let's go! Und Kanone und Tschüss mit dir! Ja, bomb! Ciao! Oh! 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 We could have had their life too! So... That's very unfortunate. We'll have to retreat then. Hm, ich glaube... What's wrong? Ich kann's mir schon vorstellen. Und zwar die Kolonie ist fast am Ende mit Lebenskraft. Deswegen wahrscheinlich. Ich bin einig. Nur ist einig. Das Waffen hat dich über den Archer. Sie sind sehr verehrt. Wahrscheinlich, man hat keine Werden gemacht. Mhm. Das ist wahr. Aber... Es gibt noch etwas dazu. but something's off what do you think we have time to be traipsing around on this whim of yours it really bothers you yeah give it up tyon once and i was like this there's no stopping him oh why do i bother besides noah's intuition's usually pretty on the mark we could just take a look a tiny little peek fine i can see no amount of reasoning is going to dissuade you however if it turns out to be nothing we head straight back and move on except that's fine okay let's move we should be able to catch up to them if we follow their tracks very good noah you know how folks are when their flame clock runs low they come on us like starved beasts yeah i know but i can't just turn a blind eye die bringen uns das rutschen bei oh yeah darauf freue ich mich oh was sind das denn für viecher ah wie hoppa ach die hoppas wieder die greifen uns zum glück nicht an das ist eigentlich immer praktisch ne das ist der vorteil ein bisschen overlevel zu sein die kämpfe gehen relativ gut vorbei ja man hat nicht zu lange warte zeit mit den battles und die gegner greifen dich nicht an weil ich habe lieber die entscheidung dass ich ein gegner angreife anstatt dass mich ein gegen ein gegner so angreift hier ist eine tür hier kann ich nicht durch alter guckt euch diese aussicht an ist das cool ich wollte noch gar nicht weiter ich wollte noch gar nicht weiter ja natürlich werden die uns das teachen aber ich würde sagen ich bin der ich bedanke mich fürs zusehen und wir sehen uns beim nächsten mal wieder musst du jetzt mich angreifen hier ach der hat gefurzt der hat uns schon angefurzt was ist das denn für eine sau der hat uns einfach weg gefurzt ja spektakulär und maximal gerüche verbreitung hier das ist furcht furcht das vieh einfach da weg und vor allem was er da für eine wolke rausgehauen hat oh wenn ich hier runter gehe komme ich nicht mehr hoch ja da gehen wir noch nicht weiter da ist nämlich die ja da ist die kolonie ok dann bedanke ich mich nicht ich kann nicht mehr reden äh ich bedanke mich fürs zusehen wir hören uns jetzt beim nächsten mal wieder mit dieser neuen kolonie bis dahin haut rein und tschüss bis dahin haut